Rekordmeister strauchelt Erst im Sommer verließ Peter Bursts Ajax Amsterdam in Richtung Dortmund. Ein halbes Jahr später sind die Niederländer schon wieder auf der Suche nach einem neuen Coach. Ins Visier ist dabei ein ehemaliger Bayern-Coach geraten. Erst scheiterte Ajax in der Champions League Quali und danach in den Europa League Playoffs. Im nationalen Pokal war auch im Achtelfinale Schluss und in der Liga steht man klar hinter der PSV Eindhoven. Die aktuelle Saison ist für Ajax mehr als enttäuschend verlaufen. Aus diesem Grund wurde Bursts Nachfolge Massekei zu entlassen. Als Favorit auf den Trainerposten wird jetzt laut der niederländischen Zeitung The Telegraph vor allem Erotik Den Haag gehandelt. Von 2015 bis 2017 war er als Trainer der U23 des FC Bayern München tätig. Inzwischen coacht den FC Utrecht, hat Vertrag bis 2020 und soll Ajax rund 700.000 Euro an Ablösekosten. Sein möglicher Assistent ist aktuell noch in der Bundesliga aktivieren. Alfred Scheuder, Co-Trainer in Hoffenheim, hat jedoch noch Vertrag bis 2019. Auch da müsste der niederländische Rekordmeister tief in die Tasche greifen. Quellen und weiterführende Informationen Doppelpunktbericht von The Telegraph, Den Haag Trainer Profil bei Transfermarkt.de